Auf IGC Machst du zweiten Inch, erste Runde oder nicht? Bin ich doch Wir sind doch zwei Inchs Fight! Hab einen raus aus den Controls Die linke Seite Einer ist innen drin noch Ey, was? Ich bin disconnected Was ist denn los? Pause Boah, in time Sag ich mich auch, was mit deinem Scheiß-Internet immer ist, Alter Ey, das war nicht mein Internet. Keine Ahnung, was das jetzt war Du hast 999 Und das bist du für Duplicated CD Key geworden Es war einfach disconnected Da stand selbe disconnected Warum auch immer? War nicht mal wirklich ein Lag So Also einer hat kein Selffil gemacht, der steht auf der mittleren Kiste, wo die Panzer sonst immer steht Außer bei der MP Dann kann ich ihn ja jetzt gleich von hinten umschießen Vielleicht Jeni sieht den gerade, siehst du ihn Jeni Ja Kann ich schon über den machen? Sind die denn jetzt gespawnt? Ne, warte nochmal kurz Sind die denn jetzt gespawnt, oder? Noch nicht Prepare to fight Ich gucke Richtung Spawn und ich kann noch nichts sehen Boah, Richtung Spawn Fight Er ist da immer noch Docks sind gespawnt Zwei in den Docks In der, in der Controls Ja Einer pusht Einer pusht Kippen, kippen Er kippt mit 3M aufm Kopf Wie er nicht kippt Ich bin nicht voll da, ey Komm Ja Ein bisschen auf deine Swans halt gucken Ja Ja das Ja das Ich glaub demnächst ein bisschen rum zum laufen Einer skippt mit 3M Einer skippt mit 3M Einer skippt mit 3M Oh ne, krass Zwei rechts Zwei rechts Tf oben Hat aber geschossen Kein Pool kriegen wieder Kein Pool kriegen wieder Tappen lieber Hö Hä Zwei an der Construction Hinter der Construction Zwei Und wartet auf die Spawn Bringt ja nichts Wann ist der Spawn? Fünf 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 Nein Das geht doch nicht, ey Eine Oh Der intschiss Nicht gibt Mit revived Wo hasten das gelegt? ja ich bin das jetzt dran gegen schießen müssen wir ja ein bisschen zweit liegt warum hänge ich denn an dieser scheiß leiter jetzt die sparen hier nach uns da sind mit uns gespawnt als full soul und jetzt gegen drücken rein damit kommt alles cool wir können versuchen noch über den spawn zu drücken ihr habt noch zehn sekunden zeit noch zehn sekunden ich gehe auf den plant ich gehe nirgendwo hin weil hier gebucht wird sind jetzt gespawnt noch zwei am spawnen ich habe fleck geht ihr unten auf objekte ihr könnt auf der checkte pushen alle objekte einer kommt fleck von der rampe hoch wo ist die pf hat mich wenn die brücke ist zurückgegangen nein echt jetzt Halt, Medik! Okay, guckt den das hin? Ja, wird schon weit. Ansaftaus ist raus. Halt, Medik! Einer am Hobby. Einer am Fenster. Oh, Medik! Sind gespawnt, passt auf. Perf. Ey, das ist doch ein... Mann, ey. Einer ist am Fenster. Geht mal mit drei rüber, drei Brücke. Panzer steht an der Türe hier, Achtung. Einer voll. Ist weggegibt, einer noch drin. Bf auch. Einer noch drin im Hobby. Einer am Fenster. Sieht gut aus. Komm. Ach, shit. Die Fenster ist da gut. Nice, zwei raus. Aber nicht gegibt, der eine. So, lange die nicht auf Fleck laufen, das haben sie bisher noch nicht gemacht. Wieder drei runter, drei rauf. Der steht vorne, habt ihr gesehen? Ja. Hat mich. Jawohl. Das ist eine Huubenswarnzeit, Alter. Das gibt's gar nicht. Wie kann man so viel weg haben? Wann's ja? Wie kann ich voll? War ja im OBI. O O O! Backdoor? Wann sie? Das stirbt halt nicht. Er ist weg. Wann sie? War ja im OBI. ist doch gar nicht achtung panzer an der tür weiterhin guten druck hat keiner von euch brücke seid ihr alle gut dass wir die flag nicht holten ja ihr geht eh von unten ok auf die flag ihr geht da vorne jenny gehe über brücke ich brauche nicht zweimal um die flag zu holen komm ich hab die raus einer noch an dem fleck 2 nur noch einer noch hinter dem fenster ist der letzte habt ihr es kommt von hinten an die flagge nehmen wir die dinge ab hier sie sind auch nicht da wir kommen jetzt erst die rampe kommen sind die rampe hoch sind jetzt ist ok wir haben noch eine minute ach du lucky bitch df an der tür dachte ich zumindest doch wie kann das denn sein alter und der oben schön jetzt raus ja noch 30 ganz ruhig ganz ruhig kommt jetzt rein da jawohl schön schweiß 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 nein helft geht raus geht raus geht raus wir müssen helfen schön korraigo oh du musst rennen aber jetzt rennen rennen durch korraigo du hast keine zeit du musst durch rennen jawohl go 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 komm schieß ihn in den rücken mit medipex raus nein das ist verboten echt ja hat keiner gehört ja der kobra streamt doch ich weiß also das ist es müssen wir halt das ganze match nochmal nachträglich spielen ist ja kein problem für die aussage wer sich wegen dem spawntimer aufregt der macht das auch wegen dem nochmal also simon kobra und jenny die rechts der simon pendelt hin und her und jack ist mein pocket medic links später spielte wie das letzte mal als simon pit und so ja spiel ich jetzt pit ist ja vorne was meinst du jetzt ne in der zweiten phase ja spiel ich doch nicht ne spiel ich in einer treppe nein ja wo denn sonst ja aber wenn du sagtest pit pit ist doch das hier vorne die treppen ja da unten das alles ist halt pit ja ja gut pit backstairs und pit stairs ja also backstairs dann halt jetzt äh er war an den docks wie immer und jenny du bist halt hinten hinten am fenster dann äh ich war der lc ja opra machts dran prepare to fight oh shit bin schon drin boah pigi ist drin interessant ganz direkt geführt komm jetzt komm jetzt go komm noch rein einer wend einer ist wend oben drin ach die fucking perfmann ich hab die draußen gesetzt aber ja die kommen jetzt keiner keiner seite alle main machen was alter einer drinnen constructions zwei kräftiger und ja lass uns nach hinten gehen kommt da hat mal einer noch mit am sparen hat voll zwei mann sparen 25 25 25 0 unten kommt was gehen auf fleck 2 auch gott drei runden drei unten jungs verteilen sich da wir schon hier alle brücke alle vier brücke wir müssen die geben die schweine die stellen die alle einer zwei nur noch 324 mann am obi wir geben geht zum ob jetzt also jetzt war 25 wenn man 20 naja warte mal unten zwei und zwei medics einer pits der ist einer hinten dexter sie die fleck nicht gespawnt sind um zehn gespawnt nächster ist minus 25 gott das geht ja ganz braun es ist aber auch ein call ja keine ahnung was hier ab geht ich ganz rechts schade alle hoffnungen nicht gesetzter umgeschossen habe ich uns waren nur vier vier leute die verpackten teamkills müssen mal weniger werden ja hier die bande kriegt er nicht weg wenn er nicht gibt da muss der top hat die ganze set ammo schmeißen ich weiß nicht ich stand ja ich lag ja gerade tot neben den es hat nur peaks 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 die haben sich 20 mal wieder aufgestellt ich da reingucke sieht man da wie oft die revived haben nee das ist halt das a und o die scheiß kackiges zu entweder alle umbandern oder halt grimmen direkt umschießen und direkt grimmen ja ihr müsst jetzt gucken dass er einfach auf die posys kommt da war nix los und auf einmal standen sie hier schon vor dem doch schon ich weiß nicht was da jetzt gerade nicht gepasst hat dass er hier sitzt dass wir eine an den docks jetzt auf die brücke guckt dass einer hier links drüben auf die brücke guckt dass ich wirklich sitze ich gar nicht crossfire drauf einer umfeld gleich direkt kippen und durch schießen nicht verstecken was da waren die für eine scheiße admins suchen die server aus wenn das so ist dann spiele ich schon immer weiter drei mann rechts das land war ja groß boah den schießt noch später safe kill 38 plantet plantet dynamite das gibt's doch nicht 13 los stop ich defuse der nix mehr komm geht hinter jungs waren wir uns heute mal besiegt besiegt hey vorhin zwei über den spawn self kill achso alles klar einer kommt über den spawn achtung ok dann wartet er ja da wartet immer noch einer vor dem tor rechts erwartet nichts mehr link ist vorn unten rein geben geben drei unten kommt kreuzfeuer unten die haben ja noch nicht die flag trotzdem kommt einer flagge ja die werden die flagge gleich kriegen ja haben sie doch schon drücken zwei hey soll mich fappen oder mit brücke jetzt versteckt dich irgendwo rechts nähe oben gar nicht alles gut alle guten dinge sind zwei ja erst jetzt an den schalter steht oben hast ein ja gut ach leute was war denn da schon wieder los also ich sehe es nicht weil ich nicht am objekt spiele deswegen frag ich ja derjenige wurde gemessen keine ahnung wie er das nicht mitbekommen hat der jöp 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 entspanne ich doch mal ich habe ja poste ich doch ich habe doch vorher gesagt suche irgendeinen scheiß server aus hast du auf eine liste gepostet gehst auf den server sucht die alle raus guckst welcher dir passt ich habe ich habe jetzt gesagt scheiße dann ich bin so aufgeregt dass ich nicht umgesprochen bin siehst du und push 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 werf es raus sich gibt aber die kann ich schießen push 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 self kill wenn ihr müsst oder nicht mach die door auf wo ist der inch komm mal mit muss der inch gut die tour bringt müssen wir keinen inch da haben lebt der inch noch? ne doch sind gespawnt der hat full der eine noch einer full medic 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 op du hast hier spawnt von dem? ah no! medic uz licensed uhr kack aaah jetzt 5c pass auf dass ihnen noch versuchen zu defusion alles heraus ich hab die side door nicht geplant ist nicht schlimm alle obby vielleicht einer zurück ich gehe vor ich habe meine kopf nicht letzten push brauchen aber 20 sekunden um mit den docks zu laufen auch da ist ja noch einer mann es müsste rein und dann haben wir jetzt drücken sie alle nach vorne achtung er schießt die um du musst die umschießen nein user disconnected from your channel